Echt, oder? Ja. Red Dead Library hätte ich das erstes runtergeladen. Kann man das auch im Kopf spielen? Ja. Echt, oder? Was soll das machen? Was ich machen muss? So wie eben. War es gut gemacht. Das war auch gut. Nur die Zimisten nicht erschießen. Auch nicht. Nee. Ich kann es schon. Also machen wir die zusammen, oder? Ja. Bist du traurig? Bist du. So. Ich gehe erstmal wieder in meinen Raum. Was ist der Klär? Der ist klar. Oh. Hier ist die Tür. Hallo. Ich gehe links rein. Wir sind von hier reingegangen. Mann, achte mal geradeaus. Da muss einer sein. Die Tür ist offen. Ich bin außen links. Hier wieder. Du hast ja chillt. Es funktioniert. Na komm Wettpapper, dann lass uns mal rein. Ich bin begeistert. O ist die unter Schimpflichen Zeitverwendung. Bleib mal. Bleib mal. Achtung, der seine. Was ist der auf die Tür hier? Hat der auf die Tür gehört? Nein, ich sage ich. Ich habe ganz klar. Das hat den Wäsch machen. Das führt mit mir. Das ist gerade aus. Palmstrike. Ich weiß nicht. Hat er dich erwischt? Nein, genau. Ja. Das ist doch erst mal gezogen. Das ist nicht so. Mal auf der Gerschein. Ja. die muss ich kurz helfen beide türen zu ich hänge fest ich habe ihn weggemacht ich mag tatsächlich das hat ja schon die tür und dann haut die gleich 321 niemand ja ich würde sagen ich kann das ist dann hinter dem hatte den also wirklich gut ist die angebote sind ja 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 auch hier schon zu sagen der hatte ja schreibt man nicht so da ist doch eine durch die türke ran also ich habe drei also ich würde sagen ich lasse mussten das wasser raus ich muss sagen die halten irgendwie mehr aus als sonst ich habe sie alle drei ich habe sie mitnehmen ok ich bin die kinder achten mal hoch ja 3 sammeln ich bin ja ich hab alle alle in der die war weg alle weg ja ach das ist extrem also das kannst du echt sagen rescue all civilians ja es gibt noch ein dach das ist er dann ja ja hallo wir haben es ich sehe keine ich gucke beim mann ich glaube im studio hinten aber ich glaube meine nicht so gut das wäre schön wenn es das sein hätte ja ich kann sie oh ich darf da nicht drauf gucken der ist am stream ich gehe mal weg jetzt der der mich vorhin hatte ja ok da ist auch da kommt einer wo das Haus haben wir durchsucht ich muss nochmal aufs dach hopps dingelt oh komm mal hier rein ich war mir jetzt unsicher aber wie gesagt bevor ich hier drauf gehe oh man vielleicht war das die frau genau geh mal auf die easy fast easy smart online from today need a raid der ball ist auch da das ist immer noch nicht alles hallo hallo zeichne was warte das ist in der jeder warte geht mal runter ich schränнали來 das kann man kaputt machen das sollten wir uns hier von oben abseilen dass wir uns hier mal abseilen können habe une ell Ich habe noch eine... Nein, ich habe keine Flasche mehr. Er ist doch durch. Ja, keine Ahnung. Die Flasche war so dunkel. Ich habe mich schon ins Knie geschossen. Greg, du musst ein bisschen zur Seite gehen. Sonst... 3, 2, 1 Schuss. Ich nicht. Okay, dann müssen wir, glaube ich, nochmal rüber, ne? Komm, jetzt nehmen wir ihn durch. Ist das nicht erschießen? Boah, der ist oben. Der war noch voll geflasht. Ah, ich liebe Polizei. Stimmt. Ja, hat er gesagt. Aber der lebt noch. Ich war ja auf den hundertsten erschossenen Drogendeal. Ist doch ein Team. Wie waren wir schon? Echt jetzt? Hast du den Dings bekommen? Nein, nein, nein. Äh, sie haben momentan, glaube ich, eine erste Frage. Schatz am Mann. Du hast die falsche Tasse gedrückt. Aber einer schießt, du musst einfach die da drüber nehmen. Ja, ich weiß ja nicht, was es war. Warte mal. Okay, waren es was per Glück gehabt. Warte mal. Wir sind gefangen. Drück nochmal Nein. Drück nochmal Nein. Dass vielleicht ein Null dasteht oder so. Wir sind gefangen in diese Mission. Du kannst es nicht mehr umstellen. Team 1 über. Muss Crack. Lass es raus. Ja, muss er. Ne, ich habe ihn schon bespät. Ich habe noch einer nicht reportet. Yes, ich habe es geschafft. Ich habe uns erlöst. So, du hast dich wohl gefragt. Ja. Ne, ich schätze mal, es liegt dann an der Verbreitung. Oh. Oh. Wir hätten bei Musik wie so ein Standard die ganze Zeit. So ein Report to Arrest to Arrest. Report ist noch ein kür? Ja. Ist es speziell, wenn man sie arrestet, dann wäre es schön. Ja. Sie ist ja Wagner. Lieben Dank fürs Folgen. Ich kicke. Ne, da hat er die Hand oben. Ich habe sie. Ach, hier ist sie. Warte, ich habe sie. Ich habe sie. Calm down. Calm down. Tivi. 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 Almea, schieße ihn. So. Ich deck den Rückform ab, falls wir noch mal rein kommen. Die sind fertig. Warst du gefangen? David. Mit David. Mit David. Tür? Welche Tür? Die da, die jetzt aufgegangen ist neben dir. Sie sind nach draußen ausgegangen. Ja. Der ist besser. Wir müssen noch falsch abdrücken, bitte. Ach so, entschuldigt. Von dem ist Greggy. Boah, ihr müsst ja noch die ganze Werkstatt aufräumen. Ja, aber schon. Also wenn das nicht mindestens ein B wird, dann weiß ich auch nicht. I can't feel my hands. Ja, wo ich sie gerade sehe. Also ich habe mir hier das rote Auto angeguckt. Wie sieht das aus mit Finanzierung? Also ich könnte 500 anzahlen. Wer hat denn zivilistisch erschossen? Du? Wer hat da geschossen? War noch keiner. Das ist völlig, oder? Hast du es jetzt gerade bekommen? Ach hier. Unauthorisized use of force. Ach so. Weil die auf mich geschossen haben, die ich mir nicht gesagt habe. Runter. Was ist denn da oben? Oben. Durch die Tür. Ja. Rechts. Also das man mit dem Laser benutzt, ist eigentlich schon angenehm, finde ich. Genau. Lass ihn so raus. Ah, die gute Anna. Genau, mir hilft es nichts, aber auch hilft es zu sehen, wo ich hier ziehe. Ja, das finde ich schon gut. Da ist einer. Da ist noch einer. Zivi, glaube ich. Enden im Office. Ich bin getroffen hoopten. Achtung, der lebt noch. ist amerikanisches spiel oder hinter dem du da ich schau nicht mehr nein ich kann ich glaube der ist taun inzwischen ja ist taun weg wo war der also wir spielen in so in der wir kommen jetzt glaube ich das erste mal zusammen aber jeder für sich schon ein bisschen schon bisschen länger ich bin alle einzeln im teamspiel also es sind keine keine dinge mehr da keine gegner wir brauchen bloß noch die ist die staff liste und irgendwo werden noch zivilisten sein ich glaube die personalliste war oben im büro ich habe sie nur zweimal im leben gesehen und habe mich nicht gemerkt es ist ja nicht auffällig die drehlinge die wissen doch das ist dort nur noch eine halbe stunde oder so die ich bin wahrscheinlich hier vorne sein ich ich grüner als ein palm hat sie gleich lang da kein tt dran hallo ich weiß immer nicht wo die liegt in irgendeinem büro oder hier kann das habe ich was übersehen ich bin vorbeigelaufen entschuldigt bitte ja die aufregung wir verstehen dich aber ich habe es glaube ich versaut weil ich aus zu sehen zivilisten also ist blöd reingelaufen lechter ist zuvor interessant zuvor haben wir doch gar nicht beendet richtig deswegen habe ich auch dieses kurs ist zumindest irgendwie nicht so ganz geheuer